Die Energiewende ist in vollem Gang. Vor allem Investoren und große Unternehmen profitieren bisher davon. Doch die Zukunft ist ungewiss. Es werden teure Kraftwerke gebraucht, wenn die Sonne nicht scheint und kein Wind weht. Stromnetze müssen ausgebaut und der alte Atommüll für die Ewigkeit eingelagert werden. Keine schönen Aussichten? Wir haben die Lösung für Sie. Das geht so. Auf Ihrem Dach wird für Sie eine Photovoltaikanlage installiert. Die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Wir verwenden dafür Premium-Komponenten und kümmern uns um alles. Von der Planung bis zum letzten Kabel. Damit profitieren auch Sie von der Energiewende und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Gleichzeitig machen Sie sich unabhängiger und sichern sich gegen steigende Stromkosten ab. Ein echtes Rundum-Sorglos-Paket. Den meisten Sonnenstrom nutzen Sie direkt bei sich zu Hause. Zum Fernsehen, Waschen oder für Ihren Kühlschrank. Damit senken Sie Monat für Monat Ihre Stromrechnung. Den restlichen Sonnenstrom speisen Sie in das öffentliche Netz ein. Und erhalten für 20 Jahre eine staatlich garantierte Vergütung. Und das Beste daran, wir tragen die Investitionen. Im Gegenzug zahlen Sie einen festen monatlichen Betrag. Sie wollen noch unabhängiger werden? Kein Problem. Die Photovoltaikanlage kann sofort oder später mit einem Speicher ausgerüstet werden. Photovoltaikanlagen haben sich bewährt. Doch was passiert, wenn die Anlage beispielsweise durch ein Unwetter beschädigt wird oder einzelne Teile kaputt gehen? Dann profitieren Sie von unserer Funktionsgarantie. Egal was mit Ihrer Anlage passiert, wir reparieren sie. Und zwar kostenlos. In wenigen Schritten können Sie jetzt ganz einfach Besitzer einer Photovoltaikanlage werden. Klicken Sie auf den Link unter dem Video, um sofort zu erfahren, welche Photovoltaikanlage zu Ihnen passt. Wir freuen uns auf eine sonnige Zukunft mit Ihnen. Stadtwerke Karlsruhe